Gute Leute, was geht? Willkommen zum neuen Video. Ich wurde auch da in letzter Zeit verlinkt und darauf hingewiesen. Sollen wir das bitte mal angucken und ja Leute, das ist ja eine geile Grafik für Arc 2, oder? Es kommt schon relativ krass an die Natur in echt hin. Es gibt hier Videos, die sind von Nikatus. Ich denke mal, jeder dürfte Nikatus schon mal gehört haben, den Namen. Das ist die Person, die Valguero für Dua und Uretz Vatalfheim die Maps gemacht hat in Arc. Also ein sehr, sehr guter Modder und der hat mal so Videomaterial gepostet auf Twitter. Ich teile euch gleich nochmal die Quellen und ich verlinke euch auch alles auf seinem Twitter-Account, wie Arc so gesehen aussehen könnte. Wir reden hier, also Arc 2, wir reden hier von der Engine 5. Das ist im Prinzip die Engine, mit der Arc 2 entwickelt wird und das ist theoretisch möglich in dieser Engine. Ob Arc so aussieht in Arc 2, ist eine ganz andere Frage. Aber es wäre theoretisch möglich und wenn das so wäre, wäre das schon verdammt, verdammt krass. Also wenn wir uns mal ganz kurz hier so ein bisschen dieses Video durchführen, Leute, das ist, holy shit ey, wenn das so aussehen würde, wäre es verdammt geil. Würde es auf jeden Fall, legen wir es dazu, wenn du auf so eine Lichtung läufst, dann fehlt dir noch ein Dino, der irgendwo am Ende des Himmels, oh Gott ey, das wäre, das wäre schon. Also schreibt mir in die Kommentare, Leute, das wäre das geilste Spiel, was ich mir wünschen würde, vom Style her, ja. Also die Frage ist, ob das vom Umfang und mit dem ganzen Kram, ob das dann wirklich so aussehen könnte oder ob es dann nicht so detailliert ist, weil mein armer PC, ich weiß, wie ich meine Grafiker durch jetzt schon weinen. Aber es ist schon krass, was auf jeden Fall spieletechnisch heute mittlerweile möglich ist, ja. Also wenn man überlegt, dass man mit Pixel-Grafik angefangen hat und jetzt ist das so, ich bin mal ganz ehrlich, klar, man erkennt schon, dass es ein Game ist. Aber, ah ja, also gerade so der Shot zum Beispiel, ich glaube, wenn man den jetzt, weil ich nicht ganz so verwackelt, wie ich ihn jetzt angehalten habe und man vergleicht das mit einem echten Bild, ist das schon super, super nah dran. Also auch gerade ganze Lichtberechnung und so, ist schon crazy. Wie gesagt, es ist hier von Nikatus, er hat das Ganze gepostet, es gibt noch ein zweites Video, das können wir uns auch mal angucken, oder ist es das sogar? Ne, es ist ein anderes, seht ihr, auch da nochmal ein anderes Video und... Hä, ist schon... Ist schon verrückt, also muss man schon sagen. So schon mit Fahnen, oder Fahnen, ne Fahnen, nicht Fahnen, Fahnen ist das. Jo Leute, ey, das... Ich würde mir wünschen, ohne Mist, von mir aus eine kleinere Spielwelt, ähm, nicht so extrem, also schon umfangreich, aber nicht so extrem umfangreich. Wie gesagt, es muss nicht so groß Genesis 2 sein, das würde mir vollkommen reichen, wenn die Map wie The Island ist, könnte sogar Törtchen-Ticken kleiner sein, wenn die Welt so aussehen würde, ja, weil das natürlich... Wow, ey, das wäre, da würde ich, glaube ich, die ersten Tage einfach nur rumlaufen und würde mir die Karte angucken. Ich glaube, da würde es Bock machen, auch hinter jeden Baum zu gucken und immer zu gucken, oh, was könnte da hinten sein und was könnte da sein. Wenn dann der Rest noch funktioniert, mit Dinos und Rüstung und wir würden in diese Richtung gehen, Leute, dann, ähm... Sag ich ja, gerne. Sehr, sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, schreibt mal in die Kommentare, hättet ihr Bock drauf, dass ARK 2 so aussieht? Oder wenn es ansatzweise so aussieht? Ich meine, ob es genau so krass detailliert ist, müssen wir mal abwarten, aber wow, das ist... Allein, jetzt nicht nur auf ARK bezogen, Leute, ich meine, dass die Unreal Engine 5, die nutzen in Zukunft ja auch die ganzen anderen Publisher. Das heißt, ein Assassin's Creed kann irgendwann so aussehen, andere Games können irgendwann so aussehen, weil... Mir habe ich schon ein bisschen Bock drauf, auf das Zocken der Zukunft. Also, Zukunft Shady in 2, 3, 4 Jahren wird geile Games vor sich haben, ja, ähm... Wow, hart. Wie gesagt, wir sind auf dem Twitter-Account von Nikathos, der hat das hier gepostet. Da gibt es auch noch ein paar Bilder, die er hier gepostet hat. Wie gesagt, hier waren die ganzen Videos, die ich eben gerade verlinkt hatte. Auch hier nochmal ein paar Screenshots, die Videos. Ähm... Ich glaube, hier haben wir auch nochmal irgendwo ein Bild gehabt mit Echt und Spiel. Ich glaube, hier... Oder, I wanna live der? Also, es ist schon, ähm... Es sind schon... Ne, es sind nur Bilder aus der Unreal Engine, aber es ist schon krass, Leute. Also, muss ich wirklich sagen... Hut ab, sieht geil aus. Ähm, hier, zum Beispiel. Stell dir mal vor, ihr baut eure Base und du hast morgens so einen Blick, wenn du die Haustür verlässt. Bock. Ohne Mist, ja. Ich würde... Ich würde mich drauf. Das könnte... Das könnte ein crazy Ding werden, Leute. Das ist ein richtig, richtig crazy Ding. Aber auch da, wir müssen abwarten, wann das erste Gameplay kommt. Also, die Stimmen sagen derzeit Anfang Dezember. Weil da, wie gesagt, sind die Game Awards. Und da wurde ARK 2 ja auch vor einem Jahr vorgestellt. Und das wäre die letzte große Bühne dieses Jahr. Wo man sagen muss, ähm... Wenn sie zuschlagen wollen und sie wollen nochmal vor großer Bühne ARK 2 ankündigen. Und wenn das so aussehen würde und nur 80% so aussehen würde, wäre das ein Spiel, was Mainz 8 auf die große Bühne gehört. Und da wären die Game Awards der beste Punkt. Und natürlich kann es sein, dass es nicht so ist. Ja, es kann auch sein, dass wir am 24. oder weil es ja Amerikaner sind, am 25. Einfach einen Trailer aufgeladen bekommen, die sagen, frohe Weihnachten, hier ist ARK 2 Gameplay. Ja, ähm... Alles ist möglich. Ähm... Daher müssen wir einfach abwarten. Ich kann euch nur so viel sagen. Wenn es einen Trailer gibt, wenn es Informationen gibt, wenn es irgendetwas in der Welt von ARK 2 im Endeffekt geben wird, werde ich dazu natürlich ein Video machen, Leute. Ihr kennt es, ich versuche den News-Content hier auf dem Kanal auf jeden Fall abzudecken. Und natürlich gehört dann sowas dazu. Genauso wie halt auch nächstes Jahr komplett ARK 2 Support. Ja, also das wird auf jeden Fall auf dem Kanal, wird es ARK 2 Support geben. Ähm... Alle Videos, alle News, alle Guides, ihr kennt es so, wie ich es auch bei ARK 1 jetzt versucht habe. Natürlich, auch wenn ARK 1 weitergehen sollte, wird es auch da weiter Videos geben, wird dann nächstes Jahr halt ein bisschen viel. Aber ihr kriegt das irgendwie schon hin. Also, Leute, es ist... Ich genieße es einfach nochmal. Das ist schon krass. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Seite von Nikathus. Und ihr könnt euch gerne nochmal angucken, die Videos. Checkt auf jeden Fall die Angriffe von Holy Upload. Link in der Beschreibung. Gibt krasse Sachen zur Zeit. Ja, geil. Ich habe Bock drauf. Ich will das Video nicht unnötig langziehen, Leute. Wir brauchen jetzt hier keinen 20-Minute-Videos machen, weil wir uns hier gerade mal zwei kleine Minis angucken. Aber das hier, was er hier gemacht hat, ist schon verrückt. Ich habe nochmal ein paar Redwood-Sachen. Boah, hey, das ist schon... Hey, das ist geil. Allein hier, Leute. Wir gehen mal ganz kurz... Ich will nicht zu weit ausschweifen, aber ich muss gerade, weil ich es gerade so sehe. Guckt mal alleine schon, wie das Holz hier unten aussieht. Das sieht genauso aus, als wenn ich ein Bild aus dem Wald angucke. Wir haben hier den Fahnen, wo man richtig das alles sieht. Die ganzen Gräser, die hier hochgehen. Auch der Himmel, die Sonne hier. Und wenn es nur so Sachen sind, wie das Geäst, was hier einfach nur so runterhängt, Leute. Das ist krass. Ich komme da gerade überhaupt nicht so richtig drauf klar. Das ist... Wow. Es ist schon... Wenn man überlegt... Ich gucke mal gerade, was haben wir denn hier? Summer Living in Redwoods. Ja, genau. So stelle ich mir das vor, Leute. So stelle ich mir den Anfang von Ark 2 vor. Das Gebäude sieht zwar noch so... Also die Texturen sehen noch so ein bisschen... Ich weiß nicht... Ein bisschen fremdkörpermäßig aus. Kann auch sein, dass es einfach... Wie gesagt, Leute, das ist einfach nur eine... Android Engine 5. Ich glaube, das dürfte wahrscheinlich die Tech-Demo oder so sein. Ich kenne mich eigentlich nicht so ganz krass aus, was die Indikators benutzt. Aber hier zum Beispiel... Das passt noch nicht so ganz, finde ich, ganz rein. Aber ich stelle dir vor, Leute, genau so. Man wohnt in so kleinen Holzhütten. Da es ja sehr primitiv sein wird, denke ich mal. Sie sagen ja zumindest urzeitlich primitiv. Werden wir wahrscheinlich uns da keinen Metallbunker hinbauen können. Wenn es überhaupt Metall gibt am Anfang. So stelle ich mir das vor. In so kleinen Holzhütten, die so ein bisschen aufgebaut sind. Da wohnen wir im Endeffekt so drin. Genau so stelle ich mir ein primitives Survival-Game vor. Schön ist so ein bisschen unser Lager aufgebaut. Vielleicht so ein bisschen Felder angelegt. Wisst ihr, sowas richtig, richtig geil. So stelle ich mir... Also wünsche ich mir ARK2 auf jeden Fall. Raid... Nee, Raid to the Basics. Genau, Root. Nee, was ist das? Nee. Back to the Basics. Ja, hier, Leute. Ich bin schon... Ich bin... Oh Gott. Hier waren noch ein paar Bilder. Oh Gott, er hat recht viele Bilder gepostet. Oh Leute, allein... Oh, das Wasser. Krass. Hey, das sieht... Das sieht crazy aus. Schnee ist auch cool. Da finde ich es nicht mehr so krass, weil mal klar, ist halt überall Schnee bedeckt, aber... Ey, das Wasser sah gerade mal richtig crazy aus. Da haben wir noch mehr Bilder gemacht. Soweit habe ich gerade runtergescrollt. Ich habe oben aufgehört zu scrollen, weil ich gedacht habe, da kommt nichts mehr. Ähm... Nee, ich glaube, jetzt kommt nichts mehr. Das waren, glaube ich, die letzten Bilder, ja. Aber eines habe ich mal ganz zu angucken, wenn wir gerade hier mal... Wie denn? Ist das ein... Das ist doch ein... Ist das ein... Ähm... Wir sind gerade in Arc 1. Das war klar, wer mich weiß, aber das ist doch ein Faulistriver, oder? Seien das Faulistriver? Egal. Da würde es vielleicht nochmal ein separates Video zugeben. Ähm... Das habe ich gerade nebenbei gesehen. Wie gesagt, ich habe gar nichts weiter runtergescrollt. Also Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verlinke euch auf jeden Fall. Ähm... Die Twitter-Seite von Decathus. Schaut da gerne rein. Der post da richtig krassen Scheiß. Also... Schaut bei ihm auf jeden Fall vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und da findet ihr auch nochmal die ganzen Videos, die wir uns hier angeguckt haben. Die ganzen Bilder, wenn ihr euch die angucken wollt. Und... Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank. Wir sehen uns in einem anderen Video wie, Leute. Also euch einen schönen Tag. Und ja... Genießt die Zeit. Wir sehen uns. Ciao.